21 lang ist nicht mehr dann ist schon heiligabend wie freue ich mich aber heute machen wir erstmal den 21 auf kleine spitzendeckchen das ist ja auch sehr niedlich und wenn ich das richtig sehe das ist sogar noch ein schätzchen ein ganz tolles schätzchen was die anja uns damit gemacht hat denn dies hier sind wenn ich mich nicht täusche in color farben aus einer zeit als ich noch keine demo und so tolle schätze kommen in den adventskalender da freue ich mich und goldene sehr schön ist das toll da können wir doch gleich wieder prima in den tag starten wünsche euch einen tollen tag